Musik Im Moment im Vergleich zu anderen Ländern ist sie okay. Ich denke mal, dass halt heutzutage sehr viel gearbeitet wird, für wenig Lohn, dass es die Arbeitsbedingungen ist leider heutzutage gibt, also nicht so fair. Die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland, die sind einfach nur darauf hin zu münzen, dass die Chefs immer reicher werden und die Arbeitnehmer immer halt kleiner. Ab hier sehen sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.